herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft let's play mit dem ufo mann die folge 303 wir haben heute samstag den vierten ersten lieber zuschauer moment lieber zuschauer wenn du das hier in 10 20 jahren oder später mal siehst lass dich nicht vom datum abhalten vielleicht ist ja zufälligerweise ein ähnlicher tag an dem du dieses video im nachhinein viele jahre später siehst dann wird dieses bild schon bekannt sein wo auch immer das buch sieht ja auch geil aus war okay wie war der plan wie war der plan wir haben mittlerweile wieder 25 punkte unglaublich vielleicht sollten wir mal was verzaubern fragt sich bloß was war die axt lohnt sich schon ach so wir könnten ja hier die die axt reparieren die tolle axt reparieren mal gucken so lass uns die axt reparieren aha okay 23 punkte Oh, da waren wir jetzt aber ein bisschen verschwenderisch, oder? Ich hoffe nicht. Ups. So, weiter geht's. Diamanten schön wieder zurückpacken. Wir wollten ja eigentlich Redstone finden, haben wir aber nicht gefunden. Und dann wollten wir, genau, dann wollten wir... Jetzt haben wir hier auch was, wo wir Farbe draus machen können. Wollen wir überhaupt farbige Gewächshausgläser haben? Weil ich will ja jetzt irgendwie das Gewächshaus mal so auf die Schnelle machen. Oder bauen wir ein paar Schienen, oder? Nö, 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 nö. Meine lieben Freunde, wir werden jetzt wieder, weil mir das immer so Spaß macht, ich gehe jetzt einfach wieder runter in die Höhle. Und suche noch... Aua, suche noch ein bisschen nach Redstone. Jo, nach Redstone. Und da essen wir mal vorsichtshalber eine Kleinigkeit. So, da haben wir doch schon alles abgesucht. Was ist denn das hier? Hier wollen wir ja noch gar nicht. Warum habe ich überhaupt so wenig Fackeln bei? Wie sieht es mit meinem Emmental aus? Okay, 52 Kohle. Da können wir uns ja noch selber Fackeln bauen. Ups. Ach, guck mal doch, hier waren wir schon mal unten gucken. Und hier? Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Aber wir haben Fackeln verschwendet, weil hier gar nichts ist. So, meine lieben Freunde. Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Hier haben wir... Oh, hier haben wir schon Sand gefarmt. Sehr genial. Ah, guck mal hier, Eisen. Das haben wir wohl liegen lassen. Sollte man ja immer mitnehmen, wa? Ja, Schaufel haben wir dabei. Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an. Kohle. Oh, nee. Wird super natürlich wieder gezwungen hier. Na gut, kriegen wir Punkte für. Lohnt sich immer. Oh, noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Gibt das ganze Eisen hier. Gib mir das Eisen. Gib mir das Eisen. Oh, scheiße. So viel Eisen. Ich denke, ich spinne, Alter. Alter. So. Kleine Beleuchtung reingebaut und wieder rausgerannt hier aus dem Wahnsinns. Jo, letztens hatte ja der Minecraft-Opa, der hatte da so irgendwie so tolle Musik. Der hat wirklich richtig tolle Musik bei seinen Let's Plays, muss man ja mal sagen. Und der hatte da letztens, äh, irgendwie hatte die, genau, die Musik hatte so gut gepasst zu den Szenen, als ich gesagt habe, ey, oh, das war ja bestimmt, oder gedacht habe, das war ja bestimmt aufwendig gewesen. Ich hatte ihm auch gefragt, äh, ob er das selber, ob es eine Playlist ist, das hört sich gar nicht an wie eine Playlist. Er meinte, nein, das ist eine Playlist und hatte dann im Nachhinein auch mal überlegt und geschrieben, äh, dass er glaubt, dass man sich, oh, was denn das? Achso, dass er glaubt, dass man sich unbewusst anpasst an die Musik und das stimmt absolut, ja. Ja, ich habe mir das doch mal, äh, durch den Kopf gehen lassen und da hat er total recht. Oh nein, oh, 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 die sind echt nicht ungefährlich, die Dinger, ey. So, Gott sei Dank haben wir ja diesmal genug Pfeile. Wir hatten ja mal eine Phase, die Leute, die regelmäßig meine Minecraft-Let's Plays gucken, die wissen ja, dass wir da mal eine Phase hatten, wo wir keine Pfeile hatten. Ist gar nicht so lange her. so, sehr schön guck mal, hier waren wir aber dann scheinbar doch schon mal jetzt sind wir hier irgendwo gelandet, wo wir schon mal waren aber da waren wir noch nicht deshalb gehen wir hier jetzt mal runter ah, guck mal, guck mal oh, guck mal, wo geht's denn hier lang was gibt's denn hier gar nichts gibt's hier na super da unten, da waren wir auch schon okay, dann gehen wir mal wieder hoch sind wir natürlich irgendwo, oben, okay okay es muss doch noch möglich sein, eine andere Höhle oder wollen wir doch noch mal ganz runter in diese, in diese, in diese wo sind wir denn jetzt hier ist da dass wir vielleicht doch noch mal runter gehen wir haben ja nicht so gezielt nach Redstone gesucht vielleicht geht's da auch irgendwie noch weiter irgendwo da war ja unser, ah, da unten ist ganz schwarz als wenn wir da noch nicht waren guck mal da unten als wenn wir da noch nicht waren da komm ich doch gerade her nö, 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 nö hier ist auch nicht ich glaube hier irgendwo und dann war hier irgendwo der Eingang zu dieser unglaublichen Höhle es wird da hinten schon wieder dunkel es ist um sieben hier guck mal, hier geht's aber auch runter hier waren wir auch, glaube ich, schon unten ich würde aber ganz gerne den Abstieg benutzen hier, den hier das war da ganz legal runter komm, ich hoffe mal, dass wir uns jetzt hier nicht oh nein, nein, nein ah oh, da haben wir aber Glück gehabt dass jetzt hier unten Wasser war guck mal, hier ist schon der Baum gewachsen das war ganz knapp das war ganz knapp ich hab mein Spiel oh, guck mal, da ist sogar oh, die Arme wollen wir den mal erlösen von seinem Leid wo ist er denn jetzt ist er weg wollen wir den mal erlösen ja, der ist gestorben oh, wir erwarten das gar nicht Armer 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 äh Tintenfisch Armes Skelett nicht, nein nicht armes Skelett böses Skelett muss sterben und Huhn stirbt auch guck mal, da hinten waren wir doch scheinbar noch nicht äh, wir werden mal bevor es hier stressig wird mal ganz schnell ein Nickerschen machen da kommt schon wieder einer gucken, ob der noch weit genug weg ist bin ich ja mal gespannt ja hahaha hahaha aber umbringen müssen wir uh, da kommen gleich zwei umbringen müssen wir also trotzdem ähm das bleibt jetzt ja nichts anderes übrig ok du Mistfee ich entschuldige bitte meine Wortwahl ich ungehobelter Klotz na, wie geht's dir da unterm Baum du bist doch zu dämlich durch das Wasser durchzukommen ich kenn dich doch, alter guck mal hier werden wir mal kurz die Axt aktivieren äh, die Uhr brauchen wir jetzt im Moment nicht das Bett habe ich vergessen abzubauen oder was gut, die Axt aktivieren und hier das ganze Holz absäbeln falls wir mal Holz brauchen da da ist natürlich auch eine Idee ja, dass man sich einfach unten in der Höhle erstmal pro Form an Baum pflanzt und dann kann man dahin zurückkehren wenn man Holz braucht oh in meinem Bett steckt ein Pfeil ey wenn ich den erwische wo ist er der das war der war das wer war das wer hat hier in meinem Bett ein Pfeil reingemacht so ein bösen Monster ja guck mal da Kohle oh Kohle ihr wisst was Kohle so cool ist dass man da XP's für bekommt oh ich muss schon wieder was essen ist ja kein Wunder dass sich hier meine Leiste nicht auffüllt ja und hier nehmen wir mal mit alles was wir hier kriegen können so lange bis der erste Monster an Strom kommt hier das finde ich ja bei Craft the World ganz schön spannend da mit diesem aber das war ja bei Terraria glaube ich auch so oh was ist denn das hier für eine hier waren wir aber schon mal okay dann müssen wir hier noch eine Fackel machen so da unten guck mal das das sieht doch hier so ein bisschen ah hier waren wir auch schon mehrmals scheinbar weil das sieht ja so ein bisschen nach Redstone aus so guck mal und dann machen wir uns hier mal diese Standard Markierungslaternen ah guck mal hier 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 ah guck mal haben wir doch noch was gefunden dann Räumlichkeit wo noch keiner war guck mal gleich an die Färber hier ein bisschen Kies mitnehmen da hätten wir ja jetzt natürlich wenn wir ein großes Stil Kies farben wollen vielleicht könnte man ja die Eisenbahn auf einem Kiesbett naja aber das ist so aufwendig glaube ich das ist halt mal am einfachsten so übrigens ich nehme jetzt wieder nur mit Wraps auf oder City schlagt mich bitte all ihr Profis schlagt mich aber es ist irgendwie total komfortabel ich muss mich hier um gar nichts kümmern groß ich nehme einfach auf danach rendere ich das Ding muss hier nicht mehr die Spur so lange zurecht schieben bis er synchron ist muss nicht so viel rumregeln und ich finde die Qualität ist wirklich minimal wenn überhaupt hörbar schlechter weil meine Stimmqualität ist sowieso nicht optimal weil ich halt nur so ein 60 Euro Headset habe und nicht so ein schönes 100 Euro Sprecher Mikro da hilft der Aussie City auch nicht weiter klar man kann damit Orangen wegbekommen ich glaube man kann da sogar 10 Euro jetzt würde ich ja am liebsten eine Bombe da runter werfen glaubste so hier machen wir mal kurz dicht und holen uns hier noch den Rest Kies könnte natürlich auch sein dass wir jetzt relativ würde mich nicht wundern wenn der Creeper gleich kommt und da auch einen Weg findet der uns hier das Leben zur Hölle machen kann Kies haben wir ja gemerkt werden wir jetzt in Zukunft nicht mehr so liegen lassen weil der mir in diesem Texture Pack dann doch sehr gut gefällt und ich ihn gerne auch dann für Wege benutzen möchte man kann auch mitpfeifen hier aber guck mal hier oh wenn das mal nicht eine Kiesmine ist eine Kiesmine wenn er hinter mir steht merke ich es wenn er kommt merke ich es dann Alter das ist doch echt ein Kiesparadies Au Aua Oh Der ist ja in mein Auge rein explodiert Gibt es denn sowas? Und er kommt hier noch mit einer Rüstung Ihr feigen Hunde Ihr feigen Hunde Immer zu fünft auf einen Oh 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 Zombie Babys und alles sowas Ich muss mich doch hier erstmal erholen wieder von meinem Stressmann Und da kommt gleich noch eine Spinne Wie gemein Wie gemein ist das denn? Ich meine Es ist natürlich fraglich ob ich da oben jetzt Redstone finde Ja nicht wahr Komm wir gehen mal ein Stück vorwärts das war vielleicht hier bis zum Ende von dieser komischen Höhle wo nichts ist Gut Ey guck mal guck mal guck mal wieder ein Zombie Baby Baby Ja Du bist aber böse Ganz schön böse bist du So Und jetzt nehmen wir uns einfach mal die Rest zu außen hier mit Da unten versucht schon einer hoch zu kommen Kann er gerne machen Wir haben eine Diamantrüstung Stört uns herzlich wenig Die haben auch eine Schlagfrequenz Das ist vom allerfeinsten Ja Jetzt habe ich ein bisschen lange gewartet Schnell was essen Und jetzt mal keine großen Aktionen machen bis sich meine Herzen wieder aufgefüllt haben Aber Das ist natürlich jetzt ein bisschen Oh mein Inventar ist voll oder was Warte mal kurz Kommt bestimmt gleich hier nächste Würde mich nicht wundern Was können wir hier wegschmeißen Das Ei natürlich Klar Wobei Eier natürlich auch wichtig sind So Guck mal Hier gibt es echt so viel Kies Den würde ich gerne noch mitnehmen Wollen wir echt mal gucken Was wir da noch alles Was wir da auf lange Sicht alles noch wegschmeißen können Müssen, sollen, wollen Meine Herzen sind ja gleich wieder aufgeladen Dann brauche ich jetzt nicht mehr ganz so viel Angst haben Juhu Wir sind wieder in einer Höhle Ich liebe es Ich liebe es einfach in solchen Höhlen rumzugraben Ja Das verschafft mir eine Befriedigung Es befriedigt mich sozusagen Befriedigung durch Höhlengrabung Das ist auch was Was die Archäologen wahrscheinlich Erfahren Hahaha Jetzt mich ja fast erschlagen Jetzt mich ja fast erschlagen So Guck mal hier Vielleicht ein Kies So weit es geht Raus nehmen Jetzt haben wir natürlich hier wieder So eine Eisenschippe Die sich sehr schnell Verbrauchen wird Aber ist egal Dann bauen wir mal eine neue Ja Schön einsammeln Den Kies Schön einsammeln Ja So Hat sogar noch ins Inventar gepasst Der ganze Kies Ups Da möchte ich hier auch nochmal War da unten eine Spinne Ich höre die ganze Zeit die Spinne So Nehmen wir das noch mit Farmen Wir farmen Ressourcen Das ist auch ein Wort Was ich gar nicht kannte Vorher genau Was ich jetzt Entdeckt habe Ein neues Wort Loot Looten Loot Eine Loot Tour machen Und zwar von DayZ Das werde ich euch auch nochmal vorstellen Das ist schon fast hundertprozentig sicher Dass ich davon auch ein Let's Play machen werde Aber jetzt nicht jeden Tag Also ich hätte mir sowieso überlegt Oh Jetzt haben wir gar keinen Platz mehr im Inventar Gucken wir mal Was wir mal wegschmeißen können wieder Das rohe Hühnchen Schmeiß ich weg Einmal Sand Schmeiß ich weg Zweimal Erde Schmeiß ich weg So Und lassen wir auch da alles da liegen So Jetzt haben wir hier mal alles ein Kohle Alles mitnehmen Oh Da oben ist ja noch mehr Kohle Ähm Ja Und ich weiß nicht Ob ich schon erzählt hatte Vor zwei Folgen Oder so Ähm Ich werde jetzt auch Diese Dieses Äh Machen Meine beiden Let's Plays Die ich jetzt gestartet habe Äh Craft the World Und Dark Out Die werde ich jetzt mal nicht mehr so penibel Alle zwei Tage machen Sondern immer so wie sie reinkommen Und dabei wird der Schwerpunkt Wahrscheinlich auf Craft the World sein Bei Dark Out Auf jeden Fall Richtig Hammer Geiles Spiel Gefällt mir super gut Aber die Faszination ist bei Komm den Dem Geben wir mal eine Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Ha 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 Ähm Ähm Die Faszination ist bei Craft the World Wirklich viel 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 größer Ja Ist genauso mit DayZ So von den ganzen Zombiespielen Die ich jetzt so gecheckt habe Und so ist DayZ das Was mich am meisten fasziniert Obwohl auch noch nicht so viel los ist Ja Und da wird der Schwerpunkt Wahrscheinlich dann immer sein Auf meinen Lieblingsspielen Sozusagen Deshalb wisst ihr ja auch Warum Minecraft jeden Tag rauskommt Hey Wollen wir da mal runter gucken Ob wir da vielleicht Äh Eine Chance haben Was zu finden Ach guck mal Hier waren wir doch schon Hier waren wir doch schon Dann könnten wir hier nochmal durch Oh 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 So wir können auch beim Schwimmen Äh töten Während des Schwimmvorgangs Oh man Hey die geht aber auch Als wenn die stärker geworden sind Kommt mir das manchmal vor Ich höre immer noch die Spinne Äh wisst ihr was Warum nerv ich mich denn da rum Mit diesem Wasser hier Das kann ich doch zumachen Oh nein Nicht getroffen Schnapsel saufen Wo kommt ihr denn her Mann ich hab da überall Boah ey komm Mann Alter Oh ich hab doch schon überall Vier Pfeile brauchen die mittlerweile Ich kann mich an Zeiten erinnern Da haben die drei gebraucht Die Loser Ich glaube ich hab sogar Auf leicht Oder hab ich auf normal Guck mal hier gehen wir mal runter Guck mal Ob wir hier was schönes finden Ja du interessiert mich Ah guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal Ja geil 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 da gibt's was zu erforschen Cool 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 Ja Da unten ist nämlich ein Skelettspawner Jetzt habt ihr euch verraten Das bedeutet den Untergang Eurer Skelettrasse Ja guck mal her Guck mal her Zack 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 Da sind auch Plops Hab ich gerade gehört So jetzt können wir erstmal wieder nach oben Und Warte mal Wie können wir das jetzt Äh Machen dass wir nicht Moment mal Moment mal Ist jetzt ganz wichtig Dass ich mir diesen Weg jetzt richtig markiere Mache ich mir erstmal äh Ein paar Fackeln wieder Guck mal wie ich aussehe Ach du Scheiße Ach du Scheiße Guck dir mal ey Wie geil ist das ey Wie geil ist das Ufo man völlig durchsiebt mit Seilen Also so ein krasser Kämpfertyp ey Guck mal da kommt schon wieder so ein Arsch Mit Ohren Los Hau ab Hau ab du Ohrenarsch Jaja Immer nur Unfug machen Hier wollt ihr Kommt halt aus dem Nichts raus Nur weil es hier so dunkel ist So So guck mal Hier 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 geht es rein Zu diesem unterirdischen Müssen wir das mal weg machen Müssen wir uns hier ran Eine Markierung machen So hier geht es rein Dann geht es hier lang Dann geht es Warte mal Müssen wir mal ab machen Dann machen wir hier noch eine Markierung Dass es hier lang geht Dann geht es hier runter Okay Genau Und hier wissen wir es dann schon Ja Wir kommen noch mal wieder Wenn unser Inventar leer ist Kommen wir noch mal wieder Und dann holen wir uns hier das ganze Zeug Was da in dem Dungeon rumliegt Das schwöre ich euch So Da haben wir jetzt mal diese Da oben werde ich jetzt mal zumachen Damit ich nicht irgendwie auf dumme Gedanken komme Ich denke dass es da lang geht Guck mal Das können wir auch zumachen Da stolpert man nur drüber Ja wenn hier noch ein anderer Abenteurer mal kommt Wir Abenteurer halten ja zusammen Ja da ist ja Macht man jetzt immer alles schick Für den nächsten Abenteurer So guck mal hier Ja und jetzt müssen wir im Prinzip Von hier sind wir gekommen Jetzt machen wir uns hier so ein Pfeil Dass wir da lang müssen War oder Geht das so Ne war Immer nicht Immer nicht Wir haben ja hier unseren Pfeil Dass wir da lang müssen So aber jetzt kommen wir von hier Hier ist alles noch alles Ah hier ist aber die Fackel rechts Also Wurde ich mal annehmen Dass wir hier falsch sind Weil zurück heißt ja immer Fackel links Das heißt ja im Prinzip Ne ne das Oder bauen wir uns hier hoch Guck mal wir könnten uns doch hier hoch bauen Passiert denn da wenn wir hier hoch bauen Warte mal Machen wir mal einfach Ich glaube nicht dass wir so unglaublich tief sind Oder sind wir jetzt so tief Sag mal Ja jetzt natürlich Kies kommt Sind wir tot Fällt mir gerade ein Irgendjemand hat auch mal geschrieben Man kann sich auch so Wegweiser aus Steinen machen Indem man jetzt zum Beispiel hier so Die Fackel ran macht Und das heißt dann in diese Richtung gehen So und dann würden wir Wenn wir von da oben kommen Kommen wir hier runter Und wissen dann dass wir da lang sollen Hier machen wir uns so Und hier Tja kommen wir nun von da oder nicht Weiß ich jetzt gar nicht Ob wir von da gekommen sind Aber ich mache hier erstmal Ne das ist bestimmt Mache ich hier mal zu So Und dann hier hoch Und dann müsste eigentlich die Fackel dann Auf der Seite Nicht dass ich mich jetzt hier völlig verhaspel Mal gucken Ist ja dann mache ich hier auf die Seite Ja Aber es kann sein dass ich jetzt einen Fehler mache Genau Weil es war schon richtig gewesen Links ist zurück Hier ist auch nichts Äh dann machen wir die Linksfackeln wieder weg Und war es doch richtig Und hier lang auf der rechten Seite sind Fackeln Äh jetzt geht es nämlich darum Wie wir wieder rauskommen Jetzt geht es darum Wie wir wieder rauskommen Äh die Fackeln hätten wir da ruhig lassen können Wir machen mal nur zu Dass hier keine Monster durch können Ah da kommt doch keiner durch oder? Nö Ein Block Hoch Kommt keiner durch Gut dann geht es hier lang Dann sind wir wohl doch von da unten gekommen Dann müssen wir uns hier noch eine Markierung machen Dass wir hier hoch müssen Genau Und hier sind die Fackeln wieder links Und hier Waren wir aber noch nicht Gehen wir gleich mal ran Ach doch guck mal hier Ja 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 Da müssen wir hoch Und da machen wir uns dann nochmal eine Markierung Und zwar hier Dass wir hier lang müssen Und Ah verdammt Die sehen wir aber ja gar nicht von hier aus Vielleicht mal frei machen So Äh was ist das hier? Gar nichts Okay Machen wir mal zu Da ist nichts drin Deshalb machen wir das auch mal zu So So Dann kommen wir im Prinzip von da Machen wir uns hier noch rechts eine Fackel Das Zeug mal einsammeln So Und dann Von hier kommen Müssen wir ja wissen Dass wir hier rein müssen So Guck mal Wo sind wir denn jetzt gelandet Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das ist ja Ist das hier? Doch hier war der Ah ja genau Genau Haben wir eigentlich schon Baum Baumdinger? Nö So Leute Das war es jetzt Ich muss jetzt erstmal was anderes machen Es war eine schöne Folge Mit euch wieder Wir sehen uns dann morgen wieder Und ich sage Auf die Höhe